Die Zeit sind echt viele aus deutschland nur wegs Nö, ne über die Russenverbindung Okay Und dann tatsächlich über Dreddeburg Jaja, ich hab das wahrscheinlich kapiert Werden sich verändern Wetter Bedingungen Irgendwas Ob der von mir fährt? Der Fabio, der das gleiche Ziel hat wie ich Was hätte für... Wollt grad fragen 120 war ein bisschen hoch Für den Bing Fällt wahrscheinlich auch über Dreddeburg Wir können ihn jetzt auch anschreiben Mach ich jetzt aber nicht Okay Ich seh da vorne, dem ist ein Rücklichter Wollt Tür Der fährt auch über Dreddeburg Geht mal an Tick 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 Nein! Dann gehen wir wieder Ach, verdammt noch. Eindeutig, zu schnell. Ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Kaffee. Ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Aufleger. Mann. Kann doch ich. Bin ich heute zu blöd zum Fahren oder was? Ich habe mir gedacht, wenn er hier reinfährt, kommt er zur Fähre. Ich habe einen Knoten. Oh, nee, was ist denn das hier vom Wetter? Das ist der Marble. Und irgendwie hat man einen Spiekrat und einen Graustich. Okay. 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 Dann wird das ja wirklich mal. Ordentlich, ihr Graustich. Das war's. Leute, fahrt vorbei an Berlin. Finde ich keine Landstraße. Ich mag das heute nicht. Das war's. Das heute verdirbt mir meine Stimmung. Was ist denn das jetzt? Ich finde... Finde ich einfach mal das... Schnee, Regen, irgendwas Zeug... Das war's. Das war's. Das wird mir auch nicht an Weihnachten. Eckig, auch Schneeregen. Das ist... Nee, danke. Wenn dann schön, aber... Schneefall. Aber keine München aus Schnee und Regen. Ja, wenn du gerade aus dem Temperatur... Das ist auch gut möglich. Das war's. Das war's. Das ist schon... Wo ich heute tatsächlich... ... damit noch nicht so ganz fertig... ... und das war's. Ah, super. Yay. Wieso Stimmung wegen diesem blöden Wetter? Das ist ja nicht die Frage, bringt es mir was, wenn ich jetzt mal in die Pause mache? Ich bin auf dem Parkplatz. Nö. Mit diesem leichten Graustich sehen die Screenshots auch nicht so schön aus. Ich dachte, das bringt was. Ich denke nicht nach so einer Art Wetterkarte. Damit man dann sehen kann, wo ist nun welches Wetter. Hör mir auf mit der blöden Werbung. Ich bin auf dem Parkplatz. Ich glaube, ich höre erst mal die Aufnahme in Berlin erst mal beenden. Dass ich also sozusagen mal kurz in Berlin rausfahre. Und um Ruhe. Andere nix. Raststätte. Guck mal, wo er denn hier vorhin liegt. Natürlich gibt es da erst mal keine. Das ist klar. Moment, ich weiß ja auch nicht mehr so ganz, was ich hier noch reden kann. Dann kommen die nächste Tankstelle gleich. Okay. Okay. Und ich will das mal sagen, bin das mal raus für heute. Und tschüss, bis zur nächsten Aufnahmesession von Eure Traxmonose 2 Multiplayer. Okay.